... oder Ängste öfters, so schlafen Sie gerne bei mir mit offener Tür nachts? Überhaupt nicht, nein. Das ist mir nichts. Was sind Sie für ein Typ? Es verabschiedet sich wie ein Tonin, wir gehen zurück zum Tischtennis. Eine Frage hätte ich allerdings noch, genau, Sie haben ja auch die Bohrmaschinenindustrie nach dem Krieg in Deutschland umgekrempelt. Wie? Dann haben Sie sich von Ihrem Partner Decker getrennt. Und geht es eigentlich seitdem besser, oder? Ja, aber Herr Decker verdient auch gut. Ja, und in den neuen Bundesländern investieren Sie auch kräftig, nehme ich an. Als wer? Als Black oder als Decker? Ja, mit Bohrmaschinen. Es sind ja durch den Aufschwung der Bauindustrie in den neuen Bundesländern viele Bohrmaschinen vonnöten. Ich nehme an, dass Sie also kräftig zulangen können. Wer sind Sie eigentlich? Sie verarschen mich hier, oder? Was sagen Sie das Ganze? Nein, das ist absolut nicht meine Absicht. Was läuft denn hier aus? Das ist mir jetzt etwas peinlich, Sie sind doch voll Black, oder? Ja, ja, klar. Weil ich habe ja auch einen alten... Nein, Sie haben mich jetzt verwechselt. Tut mir leid, ich bin Rex Gildo und die ganze Sendung ist ein bisschen für die Katz jetzt. Ich habe mir natürlich vorgenommen für eine Roll-Black-Sendung. Es fällt mir schwer, viele Leute manchmal... Ich verwechsel viele Leute bei meinen Bekannten. Also ich bin Rex Gildo und das tut mir jetzt leid, dass ich mich für ihre Bekannten habe. Tja, also Rex Gildo und Wigal Boding verabschieden sich. Ich hoffe, dass Sie noch viel Spaß bei der weiterkommenden Sendung haben. Fiesta Mexicana. So viel zum...